Es ist jetzt ungefähr 23 Uhr, ich bin gerade in Düsseldorf. Ich bin hier für ein Event morgen. Ich habe gerade ungefähr 4,5 Stunden Zugfahrt hinter mir, weil ständig Bauarbeiten auf dem Weg waren. Mega ätzend. Und jetzt hole ich das Hotel und danach ganz wichtig, was zu essen. Jetzt mach's. Genau. Tja. 8, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tja. Also das Internet löst und das ist jetzt das Passwort, dass du weißt. Frühstück ist ja hier ein Buffet von 7 bis 11 Uhr. Okay, perfekt. Wann halten? Yes. Oh, Klimaanlage des Todes geht wieder an. Wow, man muss die Karte hier nirgendwo reinstecken, um Licht anzumachen, oder? Ah, beziehungsweise hier ist noch kein Licht an. Ah. Komm mal, wie süß, Gummibärchen. Oh, für meine Affäre haben sie auch noch eine Packung hingelegt. Sorry, Angie. Was macht denn der Ausblick? Vielleicht ist er diesmal ein bisschen geiler. Oh Gott, wie geht das hier aus? Wow, der Hauptbahnhof. Leute, wer hat sich das nicht gewünscht? Ist das nicht schön? Egal, ist nur zum Schlafen, das passt schon. Oh, ich glaube, ich habe mir ein Wie getan. Mein Bein. So, ich gehe jetzt was essen und dann ab ins Bett. Also, bis morgen. Ich hoffe, ich treffe einige von euch, das wird bestimmt ziemlich nice. Ich muss jetzt erstmal was essen und ich muss jetzt auch gleich schon aus dem Hotel auschecken. Ich verplane mal, dass diese Auscheckzeiten ja viel früher sind, als man eigentlich raus müsste. Aber ist halt so. Jetzt müssen wir los und ab geht's. Jetzt müssen wir los und ab geht's. So, wir sind jetzt da. Es war tatsächlich gar nicht so einfach zu finden, da meine Karten-App, warum auch immer die Karten-App von Apple mich ständig woanders hinfüllen. Ich bin durch drei Milliarden verschiedene Straßen und ich hätte nicht gehen müssen, wenn ich nach Google Maps gegangen wäre. Naja, man lernt ja aus den Sachen. Oder halt eben auch nicht. Wir sind jetzt da, das ist hier Düsseldorf-Arkaden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so ein Einkaufszentrum oder irgendwas, so sieht das zumindest aus. Ich wollte eigentlich noch nach einem Hemd oder irgendwas gucken, weil ich mein Pullover zu Hause vergessen hatte, den ich eigentlich heute anziehen wollte und ich jetzt irgendwie das von gestern habe. Deswegen gehe ich nochmal schnell zu H&M oder irgendwo und gucke mir nochmal was Schickes an und dann kann das gleich losgehen. Also, let's go! Ich finde nie passende Sachen, nie. Das ist unfassbar. Wenn ich zehn Sachen mit mir ausruhe, die könnten vielleicht cool aussehen, die gefallen mir. Eins davon passt, alle anderen. Das ist immer so. So, jetzt geht's los. Ich bin sogar pünktlich. Jetzt müssen wir noch die Jungs finden, aber ich bin schon mal hier. Das ist gut. Ein paar Sekunden später. Das Event neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Ich werde jetzt noch ein bisschen zocken mit den anderen, aber dann gehen wir noch fett was essen und dann fahr ich auch bald wieder nach Hause. Ich denke, dass ich heute Abend erst gegen zehn oder so oder elf zu Hause bin. Das dauert ein bisschen, aber es ist nett in Düsseldorf gewesen zu sein, schon mal vorweg. Ja, das war's jetzt soweit. Ich fahr jetzt nach Hause, bin jetzt im Zug und ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Es wird wahrscheinlich elf oder halb zwölf oder beziehungsweise zwölf Uhr nachts, wenn ich zu Hause bin. Das dauert jetzt wieder ewig lange, aber das ist halt so. Ich freue mich, dass ihr euch ein Video eingeschaut habt. Schaltet wieder beim nächsten Video ein und wir sehen uns bis dahin. Ciao!